Arnogat Johnson ist ein ehemaliger isländischer Fußballspieler und Vater von Iagat Johnson. Vereine, Escalo Karin, RSC Anderlecht, Girondins Bordeaux, BK Hecken, Öre Brüska, Valorek Javich, beim RSC Anderlecht gewann er dreimal die belgische Meisterschaft, zweimal den belgischen Pokal und dreimal den belgischen Super Cup. Außerdem wurde Arnogat Johnson in der Saison 1986-87 still mit 19 Treffern Torschützenkönig der ersten belgischen Liga. Am 24. April 1996 schrieb er Fußballgeschichte, als er für seinen Sohn Iagat Johnson in Tollin bei einem offiziellen Länderspiel Islands gegen Estland ausgewechselt wurde. Dies war das erste und bisher einzige Mal, dass ein Sohn für seinen Vater in einem Fußballländerspiel eingewechselt wurde.